Und dann, der guten alten Zeiten wegen, spiele ich hier Missionen, und zwar Am liebsten würde ich, Verteidigung, Verteidiger, hier, genau mit diesem Job habe ich geübt, wie man Heli fliegt, als kleiner Bobbele Als kleiner Bobbele habe ich das geübt, vielleicht reicht dieser Job jetzt schon, um da auf Level 1000 zu kommen. Damals natürlich noch ohne Oppressor, das war da, den Buzzard fleissig benutzt habe, den man das schiessen üben wollte, und dann war dieser Job optimal. Drum auch jetzt, in der Hoffnung, dass nach Abschluss dieses Jobs, dass der genau für Level 1000 reicht, spiele ich diesen Job. Auch immer eine gute Geldquelle, diese Missionen, fand die auch abwechslungsreich, bedeutend abwechslungsreicher und besser gemacht, als da die modernen, als viele der modernen Missionen. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur schlecht, und... Und diese Missionen sind viel zu einfach. Vorgestern also, wie wenn, was vorgestern? Ist wieder frech, als ich noch ein kleiner Bobbele war. Vor fünf Jahren, 2018, habe ich angefangen hier. Wobei ich am Anfang zuerst die Story Mission vollständig durchgespielt habe, bevor ich da überhaupt angefangen habe mit Online. Immer das Gefühl hatte, ich muss ja erst die Spielsteuerung kennen, will da nicht gleich Online gehen, und dann viel zu schlecht sein. Und jetzt unterdessen bin ich immer noch schlecht, und habe trotzdem Spaß. Diese Missionen haben immer Spaß gemacht, weil man eben da mit dem Heli was machen konnte, und etwas Zielen üben konnte. Dass man eben nicht zu nah heran darf, ein bisschen höher sein muss als das Ziel. All diese kleinen, unterdessen selbstverständlichen Dinge, waren halt am Anfang gar nicht klar. Und hier konnte man das wunderbar üben. Ich glaube der linke ist der erste, den man runter holen muss. Nee, stimmt gar nicht. Nee, das ist so gut. xp pro heli das heißt 100 xp nicht alle helis habe das sind mehr als vier helis da mein partner, den ich beschützen muss jetzt ist es soweit rang 1000 mit einem abschuss von einem heli wie passend mitten in der mission hier die schießen auf mich dankeschön glückwunsch ist ja vor allem ausdauer und nie gebrannt werden 1000 ja das lieben geht weiter so da will der andere hin jetzt kann er nicht landen wenn ich da stehe hmm 2400 punkte hat das gegeben